jo leute agro michi 21 ist am start ja ich habe mir jetzt mal ein video angeschaut aufwendige videos geben keine klicks alter das stimmt sogar du machst dir jetzt einfach in so einem video wie ich alter ich bin agro du bist agro wir sind agro und alle das bringt das bringt einfach mehr klicks du machst euch so ein 25 sekündiges video ohne dass du das überhaupt geschnitten hast oder so und auf einmal bringt es einfach klicks er sagt einfach mal wenn man jetzt sagen wir mal keine ahnung warum ich die ganze zeit so keine ahnung so ein video wie jetzt oder wie das erste verrückte bekloppte video ich bin agro du bist agro und wir sind agro dann dann muss es nur sagen könnte es bis zu über 30 klicks geben oder zum beispiel ich weiß nicht ich weiß ich weiß nicht oder zum beispiel über 18 kriegs oder über 20 kriegs ich bin ich nicht da kann nicht so ganz gut drinnen wie nur er hat es ein bisschen besser im blick ich hab's noch nicht ich hab's nicht so im blick obwohl ich schon zehn jahre youtube mache aber es hat mich nie so richtig krass mit den algorithmus beschäftigt wie er sondern habe einfach nur aus hobby gemacht ohne mich noch mit den algorithmus irgendwie so krass zu beschäftigen na gut ich zum mal weiter kippen stoppen wir und stoppen erst mal hier ja und stoppen mir die kippen haben wir viel tabak hier warte mal kann ich es gerade zeigen hier tue und guten gute fette tabak kann man das überhaupt ein schotz schmerzen denn nee schon zu lang ich bin raus